Und es geht weiter bei Let's Play Fable The Lost Chapters. Wir haben letztes Mal nichts sinnvolles gemacht. Oh doch, wir haben unser Haus in Oakville zurückgekauft. Und ja, gerade würde ich jetzt hier gerne genau das da machen. Den Rauschigen Gratzkopf als Quest. Dazu waren wir natürlich noch im Vorletzpart bei den Zwilling Sting Lager. Und haben da unsere Schwester wieder getroffen, die hat uns irgendeine merkwürdige Macht gegeben. Und dazu haben wir noch ein Pilz jetzt das Mal gekauft. Und ja, wir haben es für den Kink schon. Wer war das? Der Hexe liebt noch ein Pilz. Oh, wir haben doch alle Pilze. Cool. Nicht genügend Pilze. Ach scheiße, ja, wäre zu schön. Ja, einen Pilz müssen wir noch geben. Wir täten hin. Wir täten auf das Hund. Wir täten auf das Hund. Und wir haben das so eine hässliche, dass wir so eine Kacke kommen. Schau wie an den Kacke das aus. Egal, ähm. So, da ist er. Moment. Habt nochmals hallo. Das ist der fast perfekte Haarschnitt. Da wird sich meine Tochter freuen. Das ist aber schön. Oh, ach, hab ich fast vergessen. Sie mag auch nur Männer mit Bärten, die wie der auf dieser Karte aussehen. Kommt wieder, keine Sorge. Wow. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo Koteletten finden. Aber komm, ach egal, ich weiß nicht, wo ein Schneider ist. Und deswegen würde ich sagen, ja, gehen wir jetzt in die Höllen-Gülle. Hm? Wie klingt das? Ähm, abhol. Verdammt. Wir müssen abholen mit einer Karte. Das hat sie Bauern-Stone. Da, 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 da. Ein paar Iwi, ein Haus, gucken wir gerne interessante Leute. Körlis-Gülle, da, da, da. Regierungsausgang fallen. Angelockte Menschen, Händler, Dämonter. Super. Bringt mir nichts. Aber, äh, in die Schule können wir noch gehen. Gemeinsam besiegen wir das Böse in Albion. Ich werde ein großer Held sein, genau wie... Seht mal an, wer da ist. Ihr wollt mit den anderen Kindern spielen, ja? Whisper hat leider eine Schwäche für euch. Sie hätte euch auf der Farm eine Lektion erteilen sollen. Sie lernt es noch. Ich hoffe nur, ihr kommt mal beide in die Arena. Dann sehen wir ja, wer der größere Held ist. Aber genug Zeit mit Reden verschwendet. Der Gildenmeister braucht mich in der Gilde. Er kann wichtige Quests nicht Neulingen wie euch überlassen. Der langweilt mich. Und warum können die sich alle teleportieren? Also ich will mich auch einfach so teleportieren. Äh, ist das der Lehrer? Ja, da ist der Lehrer. Ah, hallo! Wollt ihr etwas stiften? Oh, ah! Die Prüfungen von Arkhan. Ein Klassiker. Ihr fandet es bestimmt recht unberuhigend, nicht wahr? Äh, recht unberuhigend, nicht wahr? Äh, ja, geben wir sie ihm, ja. Wollt ihr nicht bleiben und zuhören, oh Held? Zum Lernen ist es nie zu spät. Gerne doch. Vor langer Zeit in einem Dorf am Meer lebte Arken mit Familie und war glücklich gar sehr. Friedlich war ihr Leben lange Zeit, bis eines Tages eine Bande machte sich bereit, zerstörte das friedliche Dorf am Meer und schadete der Familie des Jungen sehr. Doch von Arken selbst fand man keine Spur dort, denn er versteckte sich an einem sicheren Ort. Und obgleich er sich wünschte einzugreifen, musste er warten, bis die Wilden sich verpfeifen. Dann kam er hervor und fand seine Familie tot. Die Dorfstraßen voller Leichen, überall Not. Meine Güte, das ist wirklich unoriginelles Gepäsch. Oh ja, komm stehen, bring doch mit. Kommt schon, hallo da. Kommt schon. Ah, hallo. Oh, hallo. Okay, ich glaube, dann haben wir was Gutes gemacht. Was bedeutet eigentlich, Lüner-Schwein? Viel Spaß, Lüner. Oh ja, das ist auch geeignet, ganz zufällig. Ähm, und es sinkt so ein bisschen aufgehört zu denken, cool. Na, es hat mich aufgehört, aber das ignorier ich einfach. Und da ist ein, ne, das ist kein Papier. Ähm, verdammt. Irgendwann müssen wir uns in einem anderen Bart holen. Aber ich habe jetzt kein Pistar drauf. Äh, wir gehen jetzt in die Eldengilde. Ich glaube schon, hallo. Ihr helft also meinem Bruder Aldi, ja? Äh, ja, gerne doch. Wenn du uns noch sagst, wo ein Bild ist, dann gerne. Äh, da, 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 und auf Nacht. Ich denke, es geht nicht nach Aufhell, äh, in die Eldengilde. Obwohl, hätte man hier auch zu Fuß gehen können. Was? Nichts, wenn es hier... Oh, oh ja. Oh ja. Ja, hier ist die Eldengilde. Oh ja. Ich hasse diesen Ton. Ich krieg doch, das ist, der ist immer so super übertrieben laut. Ich weiß gar nicht, warum. Okay, äh, auf in die Eldengilde, äh. Nein, das hat sich nicht aufgehängt. Nein. Warte kurz mal. Lernenschein ihr seid ein echt guter Anführer mit Objekte er tötte alle Wächter und Händler das ist er alle drei Händler die dem Räuberlager gefangen gehalten werden ja nehmt das nochmal wir machen jetzt erst die eine Quest bevor wir mit der Hauptquester weiter machen würde ich sagen der Dürmer Händlerrettung Prozent ein Schuss macht sich ein Jahr mehr gehabt was ein Tier gewesen sein und bei der Karte Achso er in die Hauptquester wollen denn in Europa Prozent er liegt das Machen was möchte ich nicht ich bin ab die Zeit um 4 5 Prozent und der Wartner da gab es das sind Worte Nuckett. Komm, komm. Merkt uns doch böse aus. Ähm, Epigness. Ähm, Epigness. Ach komm, die sind ja eh nicht schwach. Über zwillings Klage die werden stärker. Okay. Oh. Was ist jetzt schon wieder? Ey, ich mein immer wenn man auf das Mautrad drückte. Das ist so scheiß schwer hier. Ich hab so ne hässliche Maut. Das ist immer so schwer da. Ach, kein Bock. Ich kann dir einfach anvisieren, das reicht schon. Zum Kampf bereit machen! Ja, das fehlt auch so. Das geht auch so. So komm mal keine, nicht die Headshots verteilen, aber das ist auch so. Ich bin bereit. Und schon ist er weg. Und da ist, oh, ein Anfänger auf diesen Scheiße. Zum Kampf bereit machen! Daaaamn, Epigness, 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 Epigness. Geht voran! Oh, wie immer ihn gespielt alle gemacht haben. Hat er irgendwas cooles dabei? Hallo? Ne, du hast nichts dabei. Ja, die lassen wir ja kennen, ich hab' den Bock. Ja, die lassen wir ja kennen, ich hab' den Bock. Ja, stellen sie durch. Das ist jetzt gleich ein Anschiff. Geht voran! Was war das? Ich hab' keine Ahnung. Ähm... Warte, komm, okay. Äh, es hat mich abgehört zu lenken. Ich hab' keine Idee. Meine Idee ist hier. Nämlich, dass ich gar nicht mal sehe, wo ich hingehe. Okay, ist jetzt nicht das Produkt. Ähm, ich will nur da schnell durchwaschen. Mehr nicht. Ne, komm, die Bühne machen wir alle. Wir haben eine Soziasie. Angriff! Ja, zeigt es Ihnen! Oh, da ist noch kein Läu überhaupt. Kommt, das macht mich nervös. Angriff! Du musst richtig... Ah, verdammt! Ich zeig' dir gleich mal was da Böses. Das wollte ich sagen. Angriff! Ah, du küsst nicht mehr. Ja, ich bin Hünisch. Gemeinsam besiegen wir das böse Kalbion. Jo, mach mal gern. Nur für dich mal. Ah, du küsst! Ich meine, ich kasse den Läu. Okay, wo geht's denn? Hier da? Äh, keine Ahnung. Werden wir gleich raus, würde ich sagen. De-de-de-de-de-de-de-de-de. Äh, Grandford Sea. Schön. Was es auch immer geben wird. Äh, interesting, würde ich mal sagen. Ähm, ja, dann... Äh, ich hoffe, wir gehen überhaupt einen richtigen Weg. Äh, ich weiß es nämlich nicht. Ähm, aber wird schon der richtigen Weg sein, oder? Oder? Ne, ich hoffe nicht, oder? Wenn ich am Ende... Oh, echt nicht. Wie sind die jetzt? Übersicht die jetzt, weil... Ich glaube, es ist nicht so stark, dass die anderen viel zu leicht sind. Weil wir einfach viel zu gut sind. Silberschlüssel. Wie viel braucht man hier? Fünf. Oh. Mal kurz. Dann gehen wir weiter, weiter, weiter. Ähm... Eppigness. 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 Ich hab euch im Visier. Eppigness. Loma. Eppigness. 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 Überwegend! Eppigness. Ja, zeig es Ihnen! Ich habe euch im Visier! Ja! Verdammt! Was für eine Demonstration der Stärken! Ja! Wunderbar! Ja, genau, da muss ich mir sagen, da muss ich jetzt nicht hier sitzen. Eure Willen! Ahm, Chef! Ja, ja, weil ich es für ein Wunsch. Ahm, gut, dann gehen wir hoch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier weit langen müssen, aber ich hoffe dann einfach mal. Weitverschlucht. Sieht zumindest gut aus. Dürrm, 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 dürrm. Ähm. Was? Ah, ja, die Hände da rücken. Ich weiß nicht, ich habe auch nicht meine Ahnung über was. Ich könnte ja auch mal nachdenken. Äh, ich glaube, dass Sie haben verrückt, um das keine Idee herkommt. Ah ja, hier war einmal die Räuber, die uns immer bestechten wollen, die wir dann getötet haben. War übrigens eine sehr gute Idee. Fand ich. Ähm. Na, ich glaube, ich weiß sogar, was es lang geht. Ne, doch nicht. Doch! Nein, wir müssen durch den Wald gehen. Unnötig. Nein. Hehehehehe. Ah, wir müssen in diesen Kackwald gehen. Oh, das ist eigentlich voll unnötig, weil wir hätten noch einfach, äh, schnell... Ach egal. Hallo. Es ist eine Ehre, neben einem so furchtlosen Helden zu kämpfen. Merz das Böse. Möchtet ihr vielleicht handeln? Äh, ja, schon mal. Hier seid's hier genau richtig. Aus dem was cooles, Gegenstände, Neuerung, ne, Tränke, ähm, Gesundheitstränke kaufe ich immer gerne. Maximum kaufen, jo. Der Darkwood ist gefährlich. Oh hey. Ja, die müssen wir rein, schätze ich mal. Händler... Hey da! Brauchen wir nicht. Der Look von diesen... Ja, meine Kopfdopfen sind jetzt nicht eh geschossen aus. Äh, die Räuber, die da hinten sind, ignorieren wir einfach. Und... In die Greatwood hören. Oh, da sind jetzt am Anfang diese Gnome wieder da. Die echt kacke sind. Weil sie echt richtig stark sind. Und warum hat meine Kampffahrer aufgerüstet? Verteidig euch! Verteidig euch! Oh, und das ist eine von ganz spätten Romermot. Verteidig euch! Ähm. Komm. Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu brauchen. Ähm. Jetzt machen wir den mal rein. Ähm. Komm, es ist einleitig mal tot. Das geht jetzt wieder ab. Ja. Verwesung! Okay, geschaffen. Und, äh, kurz fallen. Was sind eigentlich die Dinger immer? Gemeinsam besiegen wir das böse in Albion. Ja, das ist eine Dämonentür, die uns wahrscheinlich gedeiten lässt. Weil uns keine Dämonentüren gedeiten lässt, weil, äh, ich keine Ahnung hab überhaupt, was man bei denen, äh, machen muss bei dem Großteil zumindestens. Ich bin bereit. Es ist so unnütig. Ich hätte mich einfach teleportieren können nach Oakville, aber, ähm. Hier ist ein Darmarine von euch. Ich sehe sie. Ach ne, und jetzt kommen wieder die Wehre. Verteidig euch! Ähm. 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 Was für eine Liebe, du bist... Oh, du, Angriff! Ey, das ist ja egal, wir hallen auch die Hände hier. Finde ich nett. Geht voran! Er macht keine Schärfe. Er kann gar nicht mehr. Ich folge! Okay. Bitte! Nein! Bitte! Damn you! Komm, damn! Das tut gar nicht. Ihr seid ja wohl... Geht voran! Ja, bin ich. Und, was ist was dagegen? Ich hab dir den Arsch gedrückt, also... Eure Willensenergie ist auf... Wie geschreckt! Erschreckt! Ihr vielleicht... Nein, aber... Ich schreckt es nicht. Oh, oh, oh! Verteidigt euch! Ja, da, äh, schlägt den da zusammen, deswegen greifen wir ihn schon mal. So macht man das, Herr. Ich kann ihn... Er ist blau im Arm. Oh, scheiße, unser Heinrich ist gleich durch. Ja, da war ich gleich. Da... Welche Kraft! Oh, egal, das Level, wir haben einfach etwas nicht ausgestellt. Ihr seid jetzt... Welche Finesse! Das Ausdrucksmittel, danke! Ja! Okay, ich kann Danke sagen. Äh, essen wir den mal? Schade, er kriegt hier echt keine... Hm... Ähm, komm schon, komm schon, heil dich! Ah, das ist besser! Okay... Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Ihr seid ein echt guter Anführer! ...und dann heimlos, komm! Ich will, dass der voll Leben hat. Ah, das ist besser! Der hat richtig viel Leben verloren. Ich will nicht, dass er stirbt. Ich frage mich eigentlich, was passiert, wenn er stirbt, ist er dann für immer weg? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß nur, das ist immer noch krass, auch nicht wie das hier ist, deswegen... Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Fable. Ciao!